Fallout kommt diese Woche, aber wir schauen schon weiter und zwar in den April, da kommt das nächste Prime Set dieses Jahres, Outlaws of Thunder Junction. Heute sprechen wir über alles, was du wissen musst über das neue Set im April, das Wild Wild West Set. Ich persönlich habe Bock drauf. 19 April, Outlaws of Thunder Junction und ich habe es mir schon angeschaut und auch die Karten, die bisher bekannt sind, macht Lust auf mehr. Ist aber auch wieder eine ganze Menge, was auf einen einprasselt. Ich glaube, wir haben vier Sets, davon fünf und davon drei Untersets im Set versteckt. Zuallererst, es gibt keine serialisierten Karten. Das heißt, in meiner Wahrnehmung kein großer Grund, Pre-Order zu tun, zu machen, etwas Pre-zu-Ordern, vorzubestellen. Kauft, wenn es rauskommt. Vielleicht ein paar Tage vorher, weil ihr es unbedingt am 19. April schon haben wollt. Da es ein Primer Set ist, kommen die Sachen wahrscheinlich schon am 12. April zum Pre-Release-Wochenende. So, wir haben eine neue Storyline. Hier steht es auch, die Repercussions of the Phyrexian Invasions are still failed. Also die Auswirkungen auf diese phyrexianische Invasion werden noch gefühlt, sind noch vorhanden, aber die Story geht weiter. Und diesmal eben im Wilden Westen. Und wir haben eine Bande von Outlaws rund um Oko. Und er hat sich ein paar Bodies gesucht, unter anderem Tiny Bones, the Pickpocket. Tiny Bones, den wir erkennen aus dem ersten Jumpstart. Nicht fliegend, kein Evasion, aber wenn er durchkommt, dann nervt er. Und der Oko, the Ringleader. Vier Mana, weiterhin Simmigfarben. Und ich habe gehört, er soll nerven. Er soll stark sein. Können wir uns das Bild mal in Größe anschauen? Jo. Oko, the Ringleader. Vier Mana, drei Loyalty. At the beginning of combat on your turn, Oko, the Ringleader, becomes a copy of up to one target creature you control until end of turn, except he has hexproof. Also zu Beginn deines Kampfsegments wird dir eine Kopie von einer Kreatur, die du hast, außer, dass er noch zusätzlich hexproof hat. Plus eins, draw two cards. If you've committed a crime this turn, discard a card. Otherwise discard two cards. Also man sollte hier in diesem Deck, was man mit Oko spielt, Crimes committen, also Verbrechen begehen. Minus eins, erzeuge ein 3-3 Green Elk Creature Token. 3-3 grünen Elk Kreaturspielstein. Und minus fünf, for each other non-land permanent you control, create a token that's a copy of that permanent. Ok, erstmal für plus eins kriegst du card draw. Super stark. Im Worst Case lootest du einfach durch dein Deck, im besten Fall ziehst du eine Karte extra. Du kriegst einen Spielstein und für minus fünf kannst du deine permanenten sozusagen verdoppeln. Stark. Ich persönlich bin immer nicht der Beste im Einschätzen von Kartenstärken, aber er erscheint mir auch stark. So, wir haben noch ein paar Artworks. Alles, ne, ihr seht schon, hier ist ein Cowboyhut auf. Aber auch ein bisschen futuristisch mit einer Energiewaffe. Hier ist ein Saloon, alle versteinert, es ist Medusa. Hier haben wir Raktos, glaube ich, der eine Wüstenstadt zerstört. Und hier, ja, wieder, ne, Cowboyhut. Kellen, das ist der Sohn von Oko. Und, ähm, Energiewaffe. Also, ja, so eine Mischung aus Wild Wild West, futuristisch. Ich denke, das beschreibt Thunder Junction ganz gut. Und, ähm, jetzt sehen wir ein paar der ersten Karten. Wir haben hier fünf Basic Länder. Ich muss sagen, ich finde sie nicht so besonders, ne. Wir haben alles in der Wüste im Wilden Westen. Hier eine Plains mit Kakteen. Die Sonne zeigt uns ein Plainsymbol. Basic Land Island ist ein, ähm, Wasserfall, der nett anzusehen ist. Aber ich erkenne jetzt nicht diesen Wassertropfen, was sich hier bei Sumpf und Mountain wieder durchzieht. Und bei Forest ist es dieser Schatten hier, oder diese Lichtung, die ausgelassen ist. Das ist der Wald, das ist der Mountain, das ist der Swamp. Wo ist hier der Wald? Ach, das, okay. Diese Steinvorhang soll den Wassertropfen da spielen. Also, ja, fünf Länder, wo man jemals das Manner-Symbol in die Landschaft eingearbeitet sieht. Sind nette Länder, aber nichts Besonderes. Da haben wir in den letzten Monaten und Jahren zweitaus mehr geboten bekommen. Noch mehr Artworks. Hier ist wieder jemand mit Stacheln übersät. Und auf seiner Waffe sind auch Stacheln. Ein Wurm. Das kann viel bedeuten. Von Philipp Burboran. Matt Seilinger hat diesen hier mit einer Energie-Armbrust kreiert. Also, ne, futuristisch plus Wild Wild West. Es beschreibt das einfach so. Und wir erfahren noch nicht viel über das Set an sich, außer eben Tiny Bones und Oko. Aber es gibt eine ganze Menge. Den Breaking News Bonus Sheet und The Big Score und zusätzlich noch Special Guest. Das sind die fünf Sets, die ich meinte. Normal, Outlaws of Thunder Junction, Outlaws of Thunder Junction Commander, Breaking News, Big Score und Special Guest. Und in Playboostern auch noch The List. Das sehen wir hier. Also, Breaking News Karten, erinnern an Zeitungsartikel. Und es sind eben Karten, die in Playboostern und Collector Boostern enthalten sind und im Draft legal sind. Und eben in den Collector Boostern hast du noch die Text-Shirt-Fall-Variante davon. Also, Thoughtsees, super starke Modern Staple. Als Breaking News oder als Text-Shirt-Fall-Breaking News. Crime and Punishment. Put a creature card on enchantment card. From open and scrape your head onto the battlefield and your control. Ja, auch als Breaking News Karte oder als Text-Shirt-Fall-Breaking News Karte. Dann, wo eben auch Verbrecher sind, da gibt es auch, na klar, Wanted Poster. Das erinnert mich jetzt an so ein altes One-Piece-Karten-Spiel. Das ist gar nicht so alt, ne? Sind in den neun, waren Paramount War nicht auch die Wanted Karten drin? Oder in Kingdoms of Intrigue, mag sein. Ich habe es hier auf jeden Fall nicht gezogen. Auf jeden Fall, ja, genau. Es gibt noch weitere Versionen, neben den normalen und einer Borderless gibt es jetzt diese Wanted-Poster-Variante von Oko und von Tiny Bones, The Pickpocket. Und eben wahrscheinlich von einer ganzen Menge mehr Kreaturen und Planeswalkern. Ist nett, ne? Ist ein nettes Gimmick. Ich finde jetzt tatsächlich diese Breaking News sogar schöner als die Wanted-Poster, aber manchen Leuten gefällt es sicherlich. Und wir haben natürlich wieder Extended-Art-Karten und wir haben Borderless-Karten. So wie wir es immer haben. Hell to Pay. X und Rot-Sorcery. Fügt X-Schaden einer Target-Kreatur. Create a number of treasure tokens equal to the amount of excess damage. Okay. Ihr könnt den Mana im Überfluss bezahlen und dafür kriegt ihr Treasure-Token. Dritte Karte, die gespoilert wird. Dann gibt es auch noch The Big Score. Das hier ist das Breaking News-Bonus-Sheet. Auf einmal kommen dazwischen noch wieder die Wanted-Poster. Der Beitrag hat jetzt auch nicht so den roten Faden. Und dann kommen The Big Score-Artefakte mit eigenem Set-Symbol und Frame. Und die sind standardlegal sogar. Und dann noch Special-Guest-Karten und 30 Mythographs von The Big Score. Feature The Vault Frame. Das ist dieser hier, wo man so ein... Ähm... Ne Vault... Ja, wie heißt das? Ein Tresor, eine Schatzkammer sieht sozusagen. Sword of Wealth and Power. Es gibt ein neues Schwert. Und das auch im Vault Frame. Eclipse Creature gets plus 2 plus 2 and has protection from instants and from sorceries. Schutz vor Spontan-Zubord und Hexe-Rang. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur Kampshan zufügt zu einem Spieler, erzeuge ein Treasure-Token. When you next cast an instant or sorcery spell this turn, copy that spell. You may choose new targets for the copy. Okay, du kannst dann deine nächste instant or sorcery verdoppeln. Wird wahrscheinlich cool sein. Und das hier ist das neue Set-Symbol. Schauen wir uns gleich nochmal an. Das sieht aus wie eine Schatzkammer. Und die gibt es auch als Special Raised Foil. Ich nehme an, Raised Foil ist so ähnlich wie Textured Foil, dass eben dieses hier, diese Ornamente erhöht sind, dass man sie wieder fühlen kann. Gehe ich von aus. Ich finde es persönlich sehr nett anzusehen, aber muss man wieder schauen, wenn man die Karte vor Augen hat. Und Ja, jetzt gibt es noch einen Fibbethip. Lost on the range. Drei Mana, eins, eins, Ward, zwei. You may look at the top card of your library in any time. The top card of your library has plot. The plot cost is equal to its mana cost. You may plot nine cards from the top of your library. Okay, am Ende kannst du halt deine Karten von oben spielen. Ja, einen neuen Fibbethip. Vielleicht ist der ja mal spielbar. So, was für Details gibt es? Die Karten werden am 26. März angefangen zu revealen. Das hier sind die Expansion-Symbole. Ein Cowboy-Hut. Ein Cowboy-Hut vor einem Shield. Das ist das Commander-Set. Das hier ist the big score. Die Tür zum Treasure. Zum Vault. Und das ist die Vault. Hier Breaking News Bonus Sheet. Und Special Guest Expansion-Symbol. Also ihr seht, hier ist wieder eine ganze Menge drin. Das beliebteste werden wahrscheinlich die Raised Foil Vault Frames und die Textured Foil Breaking News Karten sein. Und hier sind die Daten zu diesem Set. Outlaws of Thunder Junction und Big Score sind standardlegal. Commander Outlaws, Breaking News und Special Guests sind Commander, Legacy und Vintage legal. Und das war's. Also das ist das Spannende. Big Score ist standardlegal. Das ist wichtig. Das heißt, dieses neue Schwert ist standardlegal. Das Artwork der Produkte ist in orange gehalten. Mir persönlich gefällt's sehr gut. Oko haut ab oder verfolgt etwas. Mit Kakteen. Das sieht einfach cool aus wie Playbooster. Auch die Collector Booster hier. Ein Duell um 12 Uhr mittags nehme ich an. Oko versus wer auch immer. Bin ich sehr gelungen. Tatsächlich. Es gibt ein Bundle. Es gibt Privilege Packs. Und es gibt wieder vier Commander Decks. Is it Farben. Ich muss eigentlich einfach diese dreifarbigen Kombinationen lernen. Vielleicht Naya. Ich glaube, das ist Naya. Desert Bloom, Quick Draw, Grand Larceny, Mardu und Most Wanted. Ich glaube, das ist Mardu und das ist Sultai. Ach, verteufelt mich in den Kommentaren. Ich kriege es nicht in meinen Kopf. Auf jeden Fall vier neue Commander Decks. Quick Draw, Desert Bloom, Grand Larceny und Most Wanted. Story begins 18. März. Die Karten werden euch am 26. März gezeigt. Am 5. April kennen wir alle Karten. Am 19. April geht es los. Und am 12. April wird dann der Pre-Release sein. Also, erstmal Fallout kommen lassen. Aber für wen Fallout nichts ist, der kriegt hier das nächste vollständige Set am 12. April.